Ich wollte mich verändern, wollte mehr mit Kindern zusammenarbeiten und bin dadurch dann aufs KWO gekommen, habe hier auch schon meine Beuterausbildung gemacht und kannte daher das Zentrum. Die Vielfalt von den Therapien spiegelt immer gut auch die Kinder wieder, weil wir einfach so viele verschiedene Kinder haben mit verschiedenen Erkrankungen oder auch vom Wesen her sind die Kinder so unterschiedlich, dass einfach die Bandbreit an Therapien hier super ist, um alles ein bisschen auffangen zu können und die Kinder gut zu unterstützen. Ganz viel Freude, ein großes Lachen, das ist immer schön, Kinder zu sehen, wenn sie sich freuen, wenn sie Spaß auch an der Therapie haben, wenn man sieht, wie sie sich danach verändern, was sich verbessert oder auch wie wir was erhalten können von ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist immer ganz toll zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017